Was wiegt schwerer? Das Interesse, Straftaten oder Anschläge an Orten voller Menschen mit Videotechnik aufzuklären oder gar zu verhindern? Oder das Recht, bei Veranstaltungen oder auf dem Weg zur Arbeit nicht mehr beobachtet zu werden als unbedingt nötig? Mehr Gewicht für Sicherheit will der Innenminister. Die SPD stimmt zu. Wir wissen, dass große Menschenmengen, sei es in Einkaufszentren oder in Fußballstadien, erklärtes Angriffsziel von Terroristen sind. Und da müssen wir über eine vernünftige Videotechnik in engen Grenzen tatsächlich nachdenken. Insofern ist das ein guter Vorschlag. Schritte wie diesen hatte de Maizière bereits im Sommer angekündigt. Der konkrete Entwurf soll etwa privaten Großveranstaltern, Einkaufszentren, Verkehrsbetrieben mehr und bessere Videoüberwachung ermöglichen. Durch weniger Einfluss der zuständigen Datenschützer. Ich glaube, es ist ein Placebo. Die Landesdatenschutzbeauftragten, die Bundesdatenschutzbeauftragte, die lassen natürlich die Sicherheit, Leib und Leben von Menschen in ihre Abwägungsprozesse einfließen. Insofern geht es hier, Herr de Maizière, offenbar um Symbol. Die Anschläge im Sommer, hier Ansbach, Ende Juli, haben den Entschluss zu noch schärferer Überwachung beschleunigt. Nur mehr Technik aber, sagen Experten, reiche nicht. Also ich setze mal hier die Opferbrille auf und dann sage ich, das ist okay. Die Opfer haben ein Recht darauf, dass diese Straftaten aufgeklärt werden. Aber es ersetzt keine polizeiliche Präsenz. Fortschritte bei der Gesichtserkennung in Bahnhöfen soll bald ein neues Pilotprojekt bringen. Frühere Versuche waren gescheitert. Insgesamt gilt die Videotechnik der Bahn als veraltet.